Ja, war aufregend, aber auch sehr positiv. Alles wurde richtig gut aufgenommen. Klar, im Fußball geht es sowieso immer schnell. In der Mannschaft ist man schnell drin. Einem wird auch geholfen, was das Drumherum angeht. Von daher denke ich, da wird es keine Probleme geben für mich. Sehr schön. Also ich bin ja hier direkt im Hotel in der Stadt und dadurch habe ich kurze Wege auch ins Martinsviertel und in die Fußgängerzone und habe schon das ein oder andere Café und Restaurant gefunden, was für mich passt. Wir wurden schon das eine oder andere Mal angesprochen und da merkt man, wie glücklich alle sind, dass der Verein jetzt auch in der Bundesliga war und dass wir jetzt auch einen guten Start hatten. Also das zeigt mir schon, wie fußballbegeistert die Darmstädter sind. Es war natürlich schon top für mich, dass ich direkt auf dem Platz stand, obwohl ich nicht viel mittrainieren durfte. Das zeigt mir das Vertrauen vom Verein und von den Trainern und gibt mir auf jeden Fall ein gutes Gefühl für die nächsten Tage und Wochen.